Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du in Trello eine Karte mit Hilfe eines Buttons in die Liste eines Mitarbeiters oder Mitarbeiterin automatisch verschieben lässt. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du es siehst, befinden wir uns in unserem Beispiels-Board. Wie du Arbeitsbereiche, Boards, Listen und Karten erstellst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Karten automatisch verschieben eigentlich bedeutet. In den meisten Fällen hat man in einem Trello-Board verschiedene Mitbearbeiter. Das heißt, seine Kolleginnen, Mitarbeiterinnen oder Sonstige. Meistens hat jeder dieser Mitarbeiterinnen hier eine Liste, als Beispiel To-Do Matthias, wie hier zu sehen. Nun gibt es für verschiedene Aufgaben immer wieder Karten, wo die Aufgabe und sonstige Daten zu finden sind. Füllt sich nun dieses Board mit zahlreichen Listen, so kann es sehr schnell unübersichtlich werden, wenn man nun die Karten dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zuweist, das heißt in seine Liste verschiebt und so weiter. Hier kann man nun in der Karte einen Button bzw. auch mehrere Buttons für mehrere Mitarbeiterinnen erstellen, welche im Anschluss hier zu sehen sind und wenn man dann darauf klickt, wird diese automatisch an erster Stelle in die jeweilige Liste gesetzt. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, benötigen wir eine Automatisierung, welche du hier rechts oben findest. Klickst du darauf, so kannst du hier auf Schaltflächen klicken und nun öffnet sich folgendes Fenster und hier kannst du nun verschiedene Karten-Buttons, sprich Schaltflächen, erstellen. Wir klicken nun hier auf Create-Button und haben nun hier diese Oberfläche. Das erste, was wir machen, ist hier den Titel einzugeben, als Beispiel Matthias zuordnen. Nun können wir hier links noch das Icon bestimmen, als Beispiel hier dieses Mannequin und nun können wir eine Action hinzufügen, das heißt, wenn ich den Button klicke, soll das und das passieren. Ich klicke hier nun auf Add Action und möchte nun hier unter Move, das heißt Verschieben, eine Funktion auswählen und zwar Move the Card to the top of the list und nun Listen Name, das heißt, verschiebe die Karte an den Anfang der Liste oder auch an das Ende der Liste von To-Do Matthias. Nun klicke ich hier auf das Plus und diese Aktion wurde hinzugefügt. Des Weiteren möchte ich noch eine Funktion hinzufügen und zwar, dass die Mitarbeiterin auch hier der Karte dann zugewiesen wird. Das heißt, in diesem Fall gehe ich hier auf Members, also Mitarbeiter und möchte nun, dass wenn die Karte verschoben worden ist, sprich nach dieser Aktion, soll passieren Add Member Add und nun wähle ich hier den Mitarbeiter aus to the card. Drücke ich hier nun auf das Plus, so wird zuerst die Karte an den Anfang der Liste verschoben und zwar an diese Liste und nun dieser Member, also dieser Mitarbeiter im Arbeitsbereich hinzugewiesen. Klicke ich nun hier rechts oben auf Save, also auf Speichern, so wurde nun diese Schaltfläche aktiviert. Schließe ich nun das Ganze, so kann ich hier in eine Karte gehen und sehe auf der rechten Seite unter Automatisierung Matthias zuordnen. Klicke ich nun darauf, so wird die Karte, wie wir hier im Hintergrund sehen, dieser Liste hinzugefügt und Matthias wurde zugeordnet und bekommt dementsprechend eine Benachrichtigung. Möchtest du diese Schaltflächenregeln wieder bearbeiten, klicke hier oben auf Automatisierung und auf Schaltflächen und nun siehst du hier all deine Karten Schaltflächen und kannst diese bearbeiten. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein Trello-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Trello-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Trello. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Trello-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias. Matthias.